Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu 3JS. Heute geht es um Texturen. Texturen sind das, was tatsächlich hier endlich mal dazu führen würde, dass das nicht einfach nur eine hässliche Farbe hat, zwar schön gespiegelt mit schönen Schatten und so weiter, äh, okay, schön, aber, ähm, ja, sogar ein richtiger Mond zum Beispiel wäre möglich. Und dazu brauchen wir eine Bilddatei. Texturen sind Bilddateien. In jedem Spiel werdet ihr Texturen finden, die als Bilddateien sind, äh, gemacht sind sozusagen. Und ja, ich gucke ganz gerne eigentlich mal bei Pixabay vorbei. Das ist jetzt keine Werbung oder sowas. Das sind tatsächlich einfach Bilder, die man für alle Zwecke verwenden darf, wenn man möchte. Und hier gibt es wirklich sehr, sehr viele. Also hier gibt es über, ähm, über 40.000 Stück, die einfach nur Texture heißen. Die könnt ihr für alles verwenden, ohne auch nur was dafür bezahlen zu müssen. So, ähm, ich habe jetzt hier mal eine verwendet, die sich Mond schimpft, also eine Mondtextur im Endeffekt. Und bekanntlich ist der Mond ja eher rund, ne, und nicht unbedingt, ähm, quadratisch. Und deswegen, oder eckig. Deswegen werden wir jetzt hier drin einfach mal einen Mond generieren, und zwar in einer neuen Funktion, die wir Function Generate Moon nennen. Und der Mond, der braucht erstmal keine Parameter. Das machen wir alles für den Mond. Ähm, wir werden hier eine, äh, war Sphere erstellen. Sphere ist gleich new3.sphereGeometry. So, und jetzt haben wir hier, das habe ich eigentlich schon alles gesagt, aber wir haben hier, ähm, drei Parameter, die wir angeben müssen. Und einmal ist es die, ähm, der Radius. Den setzen wir jetzt hier mal auf drei. Dann haben wir die Höhen und die Breiten Segment. Und ihr habt gesehen, je höher wir das stellen, desto schön runder wird der Mond. Und wir machen hier mal eine 40-40. Das ist eigentlich, wobei, eigentlich, warum nicht 42, 42? Wenn wir schon dabei sind, dann haben wir eigentlich einen sehr gut gerundeten Mond. So, und jetzt passiert Folgendes. Ihr habt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber eine Textur ist im Endeffekt nichts weiter als eine, nun ja, ein Bild, das auf eine, ähm, eine Geometrie gelegt wird. In unserem Fall eine Sphäre, also eine Kugel. Und, ähm, ihr habt hier gesehen, übrigens, in Images habe ich den Mond drin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den hier aufmachen kann. Ich kann ihn hier aufmachen, wunderschön. So sieht das Bild aus. Sieht nicht wirklich aus wie ein Mond, vor allem, weil es hier oben so komisch verzerrt ist. Das ist aber normal, wenn ihr Texturen für runde Objekte habt. Texturen sehen meistens sehr, sehr weird aus. Und deswegen würde ich euch auch meistens empfehlen, fertige Texturen zu nehmen. Das ist eine völlig andere Playlist, wie man diese Dinger designt. Das hat mehr mit Design als mit Coden zu tun und ist wirklich eine Kunst. Also, das kann ich euch sagen. Aber ich weiß, dass ihr daran Interesse habt und ich werde dann natürlich auch Tutorials dann nachreichen, irgendwann mal, aber das kann dauern, weil es eben ein sehr komplexes Thema auch ist. So, und wir wollen jetzt einfach nur dieses Bild hier laden. Und das machen wir mit einer, ähm, Moon Texture, sage ich jetzt einfach mal dazu, damit wir wissen, dass das auch die Textur ist und nicht die Sphäre oder sowas. Und die laden wir über den Image-Loader. Das heißt, 3.Image-Utils, also Image-Utils im Endeffekt steht für Utilities, das heißt quasi Hilfswerkzeuge. Und dann haben wir eine Funktion drin, die nennt sich Load-Texture. Und diese Load-Texture-Funktion, die kann man verwenden, um ein Bild zu laden. Halt, ich habe es unter img gespeichert, img slash moon, ja, wobei, slash img slash moon.jpg. So, und, ähm, ja, hiermit haben wir jetzt quasi das Bild geladen. Aber das ist ja noch nicht auf der Sphäre drauf. Jetzt müssen wir das irgendwie da drauf mappen. Und ihr kennt schon, das Mapping an sich, das wird mit einem Material gemacht. Und, ja, jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Die will ich euch alle mal kurz vorstellen. Das ist auch nochmal eine schöne Variante, um die ganzen Materials ein bisschen genauer zu durchleuchten. Und zwar haben wir hier einmal, ähm, ne, nennen wir es einfach mal Moon-Material. Oder Moon-Matte, weil Material so lang ist. New 3.Mesh-Basic-Material. Das kennen wir schon. Und, ähm, ja, jetzt eine große Änderung. Wir geben hier keine Color mehr an, sondern wir geben eine Map an. Und diese Map ist quasi eine Textur, also eine Map-Textur sozusagen. Die Dinger sind mehr Karte, als sie eigentlich als Bild verwendet werden. Zumindest später. So, und jetzt habe ich natürlich hier einen großen Fehler gemacht. Ähm, hier muss das Ganze natürlich noch in ein Objekt gepackt werden. Und so ist das ganze Ding dann tatsächlich eine Moon-Textur. So, und jetzt sagen wir, ähm, ja, jetzt ist die große Preisfrage, an welche Position wir ihn setzen. Moon, ähm, beziehungsweise halt, ich habe die Moon-Textur nur so genannt. Das Ding heißt immer noch Sphere, leider. Sphere.position. Yo. Ähm, wir setzen den jetzt mal anders, als wir es gewohnt sind. Wir machen das jetzt über die Set-Methode und sagen, der wird auf, so jetzt X, sagen wir einfach mal, minus, wie groß ist denn der? Drei. Also sagen wir mal minus 25. Ähm, 25. Wir können ja eigentlich auch das ganze Ding drehen. Und 25. Das sollte eigentlich eine relativ gute Position geben. Und dann müssen wir natürlich noch den Mond zurückgeben. Also die Sphere in unserem Fall zurückgeben. Und hier oben in die Szene hineinfügen. Das heißt, wir sagen hier Scene.add. Also wir fügen ihm direkt der Scene hinzu und nicht einem anderen Objekt, also dem Floor oder dem Pointlight, sondern wir fügen ihm wirklich der Scene hinzu. Ja, und, ähm, dann sagen wir hier tatsächlich, wir wollen ein, ähm, Generate Moon bauen. So, und das Ding nimmt auch in dem Fall jetzt mal ausnahmsweise keine Parameter. Okay, offensichtlich gibt es hier Schwierigkeiten mit Set. Ich dachte, das wäre immer noch ohne Probleme möglich. Ist es scheinbar nicht. Das tut mir sehr leid. Ähm, das heißt, wir müssen das leider hier über den langen Weg machen. Und kopieren uns das. So. Einmal Y und einmal Z. Und hier 25. 25. So. Okay. Gucken wir mal rein, ob das jetzt lädt. Ja, natürlich lädt es nicht. Ich bin doof. Ich habe vergessen, hier ein Mesh draus zu bauen. Ich habe kein Mesh gesetzt. Und warum auch immer ich das jetzt vergessen habe, kann mal vorkommen. Okay, also das heißt, wir bauen uns jetzt hier tatsächlich den Moon zusammen aus unserer Sphäre und aus unserem Material. War Moon. Und sagen hier auch tatsächlich Moon dazu. Hier sagen wir Moon dazu. Und hier sagen wir selbstverständlich auch Moon dazu. Und der, ups, der Moon wird jetzt natürlich gebaut. Also der Mond an sich wird als neues Mesh gebaut. Das heißt, ist gleich new3.mesh. Und zwar mit der Sphäre und mit dem Moon-Math. Moon-Math hier. So. So, wenn wir das jetzt aktualisiert haben, dann sehen wir, dass der Mond echt schwierig zu finden ist. Wo ist er denn? Ah! Äh. Mal ein bisschen raus. Hier ist er. Okay. Also ihr seht, der Mond ist da. Er ist halt nur, ja, er ist halt einfach ein Mond. Und ich finde, er sieht eigentlich ganz geil aus soweit. Was man jetzt natürlich auch noch machen kann, das möchte ich euch als Übung überlassen, ist, gebt diesem Mond doch einmal die Möglichkeit, Licht auszustrahlen. Das heißt, er soll auch wirklich eine Lichtquelle sein. Packt einfach ein Spotlight von dem Mond hin oder packt von mir aus, ist es wahrscheinlich besser, wenn ihr ein Ambient Light von dem Mond aus da hin packt. Und dann habt ihr einen sehr, sehr schönen Mond. So. Jetzt ist natürlich dieser Mond nicht immer so beleuchtet, wie er jetzt beleuchtet ist. Und ich rede jetzt hier nicht von Neumond und Vollmond und so weiter, sondern ich rede davon, dass der Mond nicht immer so hell ist. Und das ist jetzt normalerweise eher, ähm... Nun ja, mit einem anderen Material. Und jetzt möchte ich euch das nächste Material vorstellen. Nach dem Phong Material, was wirklich schon viel richtig macht und viel auch gut darstellt, gibt es das Lambert Material. Äh. Das ist quasi von Herderie inspiriert. Nein, ist es nicht. War ein Scherz. Ähm. Lambert Material ist ein Material, das auch sehr, sehr gut aussieht und auch ein bisschen mehr noch Ressourcen frisst als das normale Phong Material. Und das sieht dann... Na ja, jetzt muss ich den Mond wieder suchen. Hier. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und das ist ziemlich geil, weil jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wirklich diesen Mond auch... Ähm... Jetzt ist er wieder weg. Hier, wir sehen, dass der Mond auch beleuchtet wurde. Und das ist ziemlich faszinierend. Wir sehen jetzt an den Seiten so ein bisschen schwarz und das ist... Das sieht schon ziemlich gut aus. Und das ist jetzt quasi einfach die Textur, aber zusätzlich hat sie noch Eigenschaften wie zum Beispiel eben Reflexion, in dem Fall jetzt nicht so sehr, oder eben Mattheit und so weiter und so fort. Und das können wir alles hier einstellen. Und ja, selbstverständlich können wir dem Mond auch noch eine... eine ambiente Farbe geben, wie zum Beispiel einen... einen Blutmond. Ihr habt sicher schon mal von dem Blutmond gehört. Super geil. Sieht wahnsinnig toll aus. Und das können wir hier auch tatsächlich reinmachen. Wir machen den Mond jetzt ein kleines bisschen orange Farbe oder eher rötlich. Color. Doppelpunkt. Und jetzt können wir hier sagen 0x... FFA 500. So. Und dann noch die Ambient Farbe. Das heißt, die sozusagen Umgebungsfarbe. Ambient ist auch von der Farbe 0x... Ähm... Sagen wir mal... Hm... Nicht so stark. 0x... AA 0000. So, das wird sich jetzt rausstellen, wie gut das aussieht tatsächlich. Aber ich will euch da natürlich auch die Freiheit lassen, euch das selber so zusammenzubauen, wie ihr das habt. So, ihr seht, die ganze Sache hier ist ein kleines bisschen rötlich geworden. Und ihr seht, der Mond ist jetzt richtig fett orange geworden. Okay, der Blutmond ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen rötlicher. Aber ist es nicht ein schöner Blutmond? Also mal abgesehen davon, dass er eher orange ist als rot. Aber, ähm... Ja, ich finde, das ist ein tolles Teilchen. Und, ähm... Spielt damit gerne ein bisschen rum. Das kann dem Ganzen so ein bisschen Atmosphäre geben. Und denkt daran, der Mond kann natürlich auch ein Licht ausstrahlen. Das heißt, der Mond ist jetzt tatsächlich in der Lage, hier die passende Farbe auszustrahlen. Und das alles natürlich immer noch in eurem Browser. Ja, ähm... Also denkt vielleicht daran, dass der Blutmond ein bisschen rötlicher ist und dass er auch wirklich eine rötliche Farbe ausstrahlt. Und dann habt ihr hier wirklich einige coole Effekte, die ihr bauen könnt. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rumexperimentieren. Das ist es soweit zu, ähm... Ja, zu Texturen. Natürlich kann man zu Texturen so unglaublich viel machen, aber ich will diese Reihe jetzt auch nicht aufblähen, damit... Ähm, ihr könnt euch gerne natürlich als Ergänzung noch meine Unreal Engine Tutorials angucken oder einfach selber ein bisschen damit rumexperimentieren. Über den FreeJS Editor könnt ihr die ganzen Sachen... Ich zeige das nochmal ganz kurz. So, da sind wir, ähm... Einfach hier eine... Eine Sphere einbauen. Und dann habt ihr hier eure Sphäre schon. Und dann könnt ihr hier unter Material, könnt ihr hier alles auswählen, was ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel ein, ähm... Ja, ein Fond Material hier auswählen. Dann könnt ihr hier tatsächlich sagen, was ihr für Maps drauf habt. Also ihr könnt hier sagen Emissive, Specular, Shininess. Vertex, Color, Skinning. Einfach mal hier rumprobieren, was wirklich gut aussieht. Ähm... All diese ganzen Begriffe, das sind nicht Begriffe, die ich jetzt hier wirklich thematisieren möchte, weil die einfach so viel Zeit fressen würden. Dazu braucht man eine komplette Serie, die sich mit, ähm... Theorie der Computergrafik auseinandersetzt. Und da will ich dann auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie das wirklich technisch funktioniert. Ähm... Für das soll es jetzt hier erstmal das gewesen sein. Damit könnt ihr schon sehr, sehr viel machen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.